Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Final Frame oder Project Zero 4. Ähm, ich glaub der Fernseher ist zu leise. Das ist wirklich. Der sieht auch fast wie gestern. So normale Filmlautstärke. Feucht bei dem Spiel. Boah, ich muss mich anders hinsetzen. So. Und es ist immer noch kein Zelt. Guck mal hin. Eine Tür. Ja, wir hören das Rituat. Lass es mir nicht weitergehen? Dann sagt er mir irgendwann, dass wir da noch jungen. Was ist das hier? Ich muss zum Ritual. Ich hab' nur meine Maske nicht dabei. Das ist schlecht. Ich hab' nur meine Maske nicht dabei. Ich hab' nur meine Maske nicht dabei. Nur mein Handy, der sieht irgendwann aus. Der Bildschirm sieht irgendwann aus. Nicht so wie bei deinem. Nee, weil du meinst einfach. Hallo? Ist doch keiner hier. Hier. Der hässliche Meteor. Sieht wirklich nicht schön aus. Ach so hässlich ist er auch nicht. Döööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö ich mich nicht runter das ist das? Kamera. Und das ist was? Ja. Ah. Damit wurde das ganze Ritual aufgenommen. Aber ist die nicht zu hoch? Nein. So. Wie sieht aus, es wäre sehr viel zu hoch platziert. Werden sie schon was bei der Höhle gebracht haben? Ach nö. Ich wollte jetzt erst die Poppe zeigen. Das kannst du nicht. Hi. Peace people. Ich bin mir sicher. Ich bin comprends nicht. Nein, wer ist das? Es kommt aus dem Lieblingscener. Acht und zwei. Nicht gut. Oh Mann! Geht's noch? Ich denke, ich weiß noch nicht mehr. Ich hasse die Gass. Oh Mann, der knutscht mich! Fängt schon gut an. Knutsch mich, Mädel! Die hätte ich gern. Ich sie aber nicht mehr. Deswegen ist sie auch nicht einer meiner Lieblinge. Das ist mal gestorben! Wir haben einen Mond, findest du denn das? Ja! Und einen Blutmond! Ich mach dir auch gleich mal einen blutigen Mond. So viel Japanisch kann ich auch nicht. Damit geh ich raus. Okay. Wenn's gar nicht geht, kann ich auch. Was war denn das? Es soll grad aus, als käme da einer durch den Zaun. So, ob jetzt darf ich aber spulen. Kannst du, glaub ich, gar nicht. Weil es das erste Spiel ist. Nö, bitte nicht. Ich meine, ja. Ich weiß gar nicht das erste Spiel. Kannst du spulen. Kannst du grad sagen. Das ist doch gar nicht. Ich hab doch für dich alle den... Jetzt können dich doch gar nicht die ganzen Kostüme tragen. Genau. Und was? Was ist das, Mädel? Korkoel! Was ist Korkoel? Was ist Korkoel? Was? Haste sie? Nö, 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 nö. Nö, 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 nö. Nö, nö. Bei ihr habe ich natürlich genau keinen Spiegelstein. Hast du keinen? Bei ihr habe ich keinen. Ja! Noch mal! Noch mal! Genau! Nicht schießen, wenn du hättest. Wenn du schießt, dann hoffst du ab. Dann kann ich das doch in den Sekt vom Film nehmen. Ja. Dann kann ich das voll zu spät. Schuss! 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 Hallo, wir müssen stärkeren Föhn auf. Ja, ich weiß, ich gehe da raus. Weißt du, wer es noch nicht in den letzten Minuten ist? Wir müssen stärkeren Föhn auf. Wir müssen stärker weg. Oh, ich verwisste, wie diese beschissene Scheiße geht. Und der da reicht schon. Hallo, seid ihr Schatzluss? Schick dich, Mädel. Du dich auch, Mädel. Hab ich dich. ... ... ... ... ... ... So. Nehmen wir jetzt eine Klinik an. Ja. Nehme sie. Warte, du bist schon fertig. Nur die im Boot, die erwischen können. Weiß. Die alle können aber auch das im Boot. Dein letzter. Ach, weiß ich. Ich sehe. Wo hast du mit ihr kein Spiegelchen gemacht? Ich bin gerade weg gewesen. Wie kannst du dich auf einem beamen? Ich dürfte nicht auf dich. War zu wackelig. Töte mich, Arschloch. Töte mich. Das werde ich nicht überleben. Das werde ich nicht überleben. Ich überleg gerade, wo ich bin. Ich überleg das nicht. Verdammte Scheiße hier. Ich sag's doch. Ich hasse diese Scheiße hier. Mach du weiter essen. Mann. Du verpiss dich auch mal. Es ist doch noch an. Ja, gerade weil ich's wieder angetippt habe. Was hast du da jetzt gemacht? Für welche? Einzelne Wurst und Käse. Ich hasse diese verdammte Scheiße. Dieses Scheißspiel. Mann, das ist das Scheißbeschissene Mädel aus dem Boden. Ich finde, das ist der schwerste Gegner. So Baki ist ja noch einfach. Nein, find ich nicht. Und wenn die Kleinen nur um mich rumtanzen würden. Und die Kleinen kommen später nochmal. Ja, die können sich mal gegenseitig ficken. So. Oh, boah, diese Beschissene. Kann sowieso weiter fahren. Ein bisschen Zadismo. Ja. Wir haben gleich elf. So. Ich hab's lange nicht mal gespielt. Mal gucken, ob ich's noch nicht gehört. Hast du Medici gekauft? Nein, hab ich nicht. Aber ich gucke jetzt nach einem Spiegelstein. Ich hab nämlich ne Vermutung, weil einer ist. Ja, ja. Ich bin mir aber nicht sicher, ob der da ist oder nicht. Es ist so scheiße. Sie verliert immer sofort ein Spiegelstein. Ich weiß. Beim anderen kann man's doch auszögern. Nur sie nicht. Na komm, wo ist er? Sie ist ne Scheißmöbel. Aber das ist nur... ...weilen kann ich? Es hat alle Gründe, dass ich dieses Meden hasse. Nee, es ist nur das da hinten. Oder? Ja. Okay. Es hat echt alle Gründe, dass ich dieses Meden hasse. Und damit meine ich es nicht zu waki. Naja. Ach, Quack. Ist mir klar, wie du meinst. Ist wedel ohne Persönlichkeit. Du bist immer so mit mir. Komm mal. Na komm ich hier durch. Ja. Vielleicht brauchst du gar nicht mehr anzufangen. Sollen wir dann eben hier beenden? Ja. Okay. Dann... ...bis gleich, wo ich die Mädels erlebe. Ciao. Ja. Dann sehen wir uns hier oben's geht. Dann sehen wir uns hier oben's geht. Vielen Dank.